Auf 10.23 Uhr ist die Berliner Feuerwehr zum Brand 2 in die Schlüterstraße 145 alarmiert worden. Beim Eintreffen haben die Kollegen einen brennenden Dachstuhl in der sechsten Etage vorgefunden, der wird zurzeit ausgebaut und haben die Brandbekämpfung eingeleitet. Die gestaltet sich als schwierig, weil durch den Ausbau die Brandfester nicht zu finden sind und deshalb haben wir auch vier Zerum- und Garmelkameras verordnet und bekämpft 14 Mann mit ca. 70 Mann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017